Was Sie als Sniper beachten sollten. Hier ein paar Tipps von einem Profi. Benutzen Sie immer eine Sniper. Machen Sie so viele Sprünge wie möglich, um den Gegner einzuschüchtern. Wenn Sie einen Gegner getötet haben, beleidigen Sie ihn sofort. Boah, du Opfer, wie schlecht bist du eigentlich? Kauf dir mal Helm, Alter. Da die meisten sowieso nur Englisch sprechen, solltet ihr auch Englisch sprechen. Dabei ist es scheißegal, ob euer Englisch gut oder schlecht ist. Hier ein Beispiel. Hexor Pro 21, you go right and kill the Gegner von der Seite. Yes, and I go über die Brücke und dann ich mach die kaputt. T-Baggt und richtet eure Gegner, nachdem ihr sie getötet habt. Boah, du Opfer, kauf dir mal einen. Hexor. Nein. I go über die Brücke und mach die Gegner. Tana da 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 da.